Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute. Einsam. Kennst du das Wort einsam? Viele Leute sagen, sie sind einsam. Tja, was heißt denn schon einsam sein? Einsam heißt, einsam mit dir zusammen sein. Das ist doch ideal. Viele sehen das aber als total negative Geschichte an und das finde ich einfach sehr, sehr schade. Das muss wahrlich nicht sein. Und heutzutage, wenn man darunter leidet unter Einsamkeit, das ist ja nicht nötig. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele tolle, Möglichkeiten, wo man Menschen treffen kann. Und jeder, der einsam ist, dem kann ich einfach nur empfehlen. Ja, geh auf Reisen. Es gibt wunderschöne Singlenreisen. Es gibt verschiedene Kurse, Seminare. Wenn ich auch sehe, all die Leute, die zu mir kommen, da haben sich schon manche zusammengefunden und sind danach ein Pärchen geworden. Ja, also leiden, wenn man alleine ist, das muss wahrlich nicht sein. Aber solange du natürlich nur zu Hause hockst in deinen vier Wänden und unter Einsamkeit leidest, ja, dann hast du natürlich schon ein Problem. Auch über das Internet kann man sagen, naja, gut, ich kann mit dem Internet chatten. Ja, natürlich kannst du im Internet chatten. Du kannst im Internet viele, viele Kontakte haben. Aber live ist einfach live. Und das Idealste ist natürlich immer, wenn du Erfolg haben möchtest, dann geh einfach auf Erfolgsseminare. Das, was wir machen, wen triffst du? Da triffst du lauter Leute, die das gleiche Mindset haben, lauter Leute, die auf dem Weg sind. Und da wirst du nicht mehr einsam sein. Und da gibt es ganz, ganz viele tolle Freundschaften. Man trifft sich regelmäßig. Man geht gemeinsam des Weges. Und das ist das, was wir machen mit den ganzen Babys, mit passivem Einkommen. Wenn du sagst, hey, ich bin einsam auch bezüglich Geld. Ich habe zu wenig Geld. Mach dich auf den Weg, ja. Gib dir diese wunder, 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 wundervolle Chance. Ich kann dich einfach nur einladen, ja. Und viele sagen, ja, was das alles kostet. Hey, was kostet dich das? Das kostet dich die Anreise, das kostet dich die Übernachtung. Sonst kostet dich das gar nichts, ja. Oder wenn du mal auf die Volkshochschule möchtest, musst du natürlich gucken, wo du hingehst, damit du auch die Leute findest, die dir am Herzen liegen, damit du auch die Leute findest, wo du sagen kannst, ja, bei denen fühle ich mich wohl, hier geht es mir gut. Hier kann ich es entsprechend aufbauen, okay. Also denke einfach nochmal darüber nach und beklage dich einfach nie, nie, nie mehr über Einsamkeit. Weil da muss ich echt sagen, da bist du selber schuld, okay. Egal wie alt du bist, egal wie jung du bist. Einsamkeit muss niemand sein. Es ist aber keine Bringschuld, sondern es ist eine Hohlschuld. Es ist deine Aufgabe, dahin zu gehen und dir die Leute reinzuholen. Geh dahin, wo Menschen sind, die dir gut tun, okay. Also, in diesem Sinne, danke, danke fürs Teilen des Videoclips. Alles Liebe und Gute und pass auf dich auf. Geh in die Welt hinaus und habt ganz, ganz viel Spaß. Ciao, bye, bye, dein Eure Ernst Krammeri.